6. September 1996. Tupac Shakur ist der erfolgreichste Rapper der Welt. Für mich ist er wie Elvis. Der war der King des Rock'n'Roll und Tupac der King des Rap. Für seine zahllosen Fans ist er der ultimative Gangster-Rapper. Er ist die zornige Stimme des schwarzen städtischen Amerika. Für seine Leute war er der Black Jesus, der, der uns retten wird. Die Staatsgewalt und seine Rivalen im Hip-Hop-Geschäft hingegen sehen ihn als Bedrohung an. Er hat oft gesagt, ich werde sterben, ich mache den ganz großen Abgang. Und diese Prophezeiung wird sich schon bald erfüllen. Dies sind die letzten 24 Stunden im Leben von Tupac Shakur. Los Angeles, 6. September 1996. Um 23.30 Uhr verlässt Tupac Shakur die Lacey Studios in Downtown L.A., wo er gerade sein neues Musikvideo abgedreht hat. Nach etlichen Top-Ten-Hits und zwei Nummer-Eins-Alben in Folge macht ihm kaum jemand seinen Rang als führender Hip-Hop-Künstler streitig. Und sein Erfolg soll noch lange anhalten. Doch sein Leben wird in 24 Stunden ein brutales Ende finden. An diesem Abend lässt sich Tupac nach der für ihn äußerst anstrengenden Videoproduktion direkt zu seinem Anwesen im Edelvorort Calabasas nördlich von Malibu fahren. Er geht sofort zu Bett. Am Morgen weckt ihn seine Cousine Jamala Lissane. Sie erinnert ihn daran, dass sie heute nach Las Vegas fahren wollen. Weil wir im selben Monat Geburtstag hatten, wollte er mit mir gemeinsam in Las Vegas feiern. Tupac plant sich dort einen Boxkampf anzusehen und anschließend noch einen Clubauftritt zu absolvieren. Mit von der Partie ist auch seine Freundin Kidada Jones, Tochter des legendären Musikproduzenten Quincy Jones. Sie machen sich schon bald auf den Weg, obwohl Tupac nicht gerade begeistert von diesem Ausflug ist. Tupac wollte eigentlich gar nicht fahren, ganz klar. Er hätte lieber ein paar Familienangelegenheiten in Atlanta geregelt. Er war nicht scharf auf Vegas. Doch sein Manager drängt ihn, seine Abmachungen einzuhalten. Und so fügt er sich. Es wird die letzte Reise seines Lebens. Fünf Jahre zuvor, 1991, war Tupac Shakur zu einer ganz anderen Reise aufgebrochen. Er wollte es im Hip-Hop an die Spitze schaffen. Und mit seinem ersten Album, Tupacalypse Now, befand er sich damit auf einem guten Weg. Seine Bühnenpräsenz und die Gabe, die Realität amerikanischer Großstadt-Ghettos in seine Texte zu packen, eroberte ihm schnell eine treue Fangemeinde. Egal, ob er den Stift aufs Papier setzte oder ans Mikro ging, es war immer, als spräche Gott durch ihn. In jedem seiner Songs steckte sein Leben, als wäre sein eigenes Blut hineingeflossen. Aus seinen Songs sprachen die Armen und Vergessenen, jene, die in der Gesellschaft sonst keine Stimme haben. 1994 formulierte Tupac sehr präzise seine Sicht der Dinge auf dem Album Thug Life. Er wollte denen, um die sich keiner einen Dreck schert, zeigen, dass er es eben doch tut. Thug Life ist die Abkürzung für The Hate You Gave Little Infants Fucks Everyone. Der Hass, den du an die Kinder weitergibst, macht uns alle fertig. Das heißt, Thug Life, das Gangsterleben, geht uns alle an. Es ist die Scheiße, die du von der Gesellschaft abkriegst. Bei Thug Life geht's darum, sich zu entscheiden. Wer sich falsch entscheidet, findet sich in einem Leben wieder, das er nie wollte. Und Thug Life heißt, es eben trotz allem doch zu schaffen. Tupac ließ sich sein politisches Bekenntnis sogar eintätowieren. Alle seine Tattoos hatten eine bestimmte Bedeutung. Er hatte zum Beispiel eins 50 Niggers with an AK-47, 50 Nigger mit Kalaschnikow. Das stand für sein Glauben daran, dass 50 Schwarze alles, wirklich alles erreichen könnten, wenn sie sich ernsthaft zusammentun und alle am gleichen Strang ziehen. Die Fans liebten ihn für seine großspurige Art und dafür, dass er nie ein Blatt vor den Mund nahm. Hat es gebrodelt? War es verrückt? Haben die Mädchen sich die Kleider vom Leib gerissen? Haben die Jungs in die Luft geschossen? Oh ja, so ist eben Hip-Hop, so ist Rock'n'Roll. Tupacs Anziehungskraft ging weit über die schwarzen Armenviertel hinaus. Auch vielen weißen Vorstadtjugendlichen gefiel die bedrohliche Aura, die ihn umgab. Ob es an seiner Energie lag, seiner Kraft oder an was sonst, wer weiß. Er sprach alle gleichermaßen an. Männer wie Frauen, Schwarze wie Weiße, Junge wie Alte. Er stand immer zu dieser Grundhaltung, dass er nichts brauchte, kein Plattenlebel, kein Film, nichts, solange er nur wahrhaftig blieb. Er glaubte, solange er echt war und unverblümt sagte, was er dachte, würde er immer mit seinem Publikum verbunden bleiben. Er weigerte sich, etwas nur fürs Geld zu tun, um Brot zu betteln. Tupac wollte also vor allem Aufmerksamkeit. Und er bekam sie. Allerdings nicht immer so, wie er es sich wohl gewünscht hätte. Wer wie er sehr von seiner Sache überzeugt ist und sich vor der Konkurrenz in seinem Erfolg sonnt, macht sich schnell Feinde. Gerade im Hip-Hop. Im Hip-Hop geht es immer um Konkurrenz, so à la, ich bin besser als du, ich hab mehr Mädchen und außerdem das bessere Auto. Es ist schon fast wie Sport. Und wenn dann auch solche Riesen-Egos zusammenprallen, ist der Knall vorprogrammiert. In nur wenigen Stunden wird sich in der Glitzerstadt Las Vegas zeigen, wie schnell dieser ewige Hahnenkampf in offene Gewalt umschlagen kann. Und es wird einen Toten geben. 7. September 1996, 3 Uhr nachmittags. Tupac Shakur trifft in Las Vegas ein. Er ist hier nicht nur zu seinem Vergnügen. Am späten Abend soll er noch in einem Club auftreten, der seiner Plattenfirma gehört. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn in weniger als neun Stunden wird ihn eine tödliche Kugel treffen. Seine Freundin und seine Cousine wollen sich nach der Ankunft erst einmal im Hotel ausruhen. Tupac hingegen vertreibt sich die Zeit an den Spieltischen. Wie immer ist bei ihm sein Bodyguard Frank Alexander. Wir gingen rüber ins MGM-Casino, an die Würfeltische. Und er gewann eine Menge. Es lief echt gut für ihn. Ich glaube, Tupac hatte so ungefähr 10.000 Dollar dabei. Und die wollte er so schnell wie möglich loswerden. Am Spieltisch leisten ihm einige Mitglieder seiner Band Outlaws Gesellschaft. Das waren seine Sänger, seine Freunde, die auf vielen Aufnahmen von damals zu hören sind. Und wie üblich zieht Tupac hinter sich eine Traube von Menschen her. Vor allem Frauen. Tupac und die Frauen. Die kamen im Dutzend billiger sozusagen. So wie jeder Promi-Gruppis hat. Sie waren immer da. Am Filmset, beim Videodreh, im Studio, in Italien, überall. Treu seiner Lebenseinstellung spielt Tupac auch im Casino stets mit hohem Einsatz. Und als momentan höchstdotierter Star des Hip-Hop kann er sich das auch leisten. Dabei hatte es 25 Jahre zuvor in New Yorks East Harlem gar nicht nach einer rosigen Zukunft für den kleinen Tupac ausgesehen. Seine Mutter, ein Mitglied der radikalen Black Panthers, war bis einen Monat vor seiner Geburt wegen angeblicher Beteiligung an einem geplanten Sprengstoffeinschlag auf mehrere New Yorker Gebäude in Untersuchungshaft gesessen. Ich war begeistert vom Auftreten der Black Panther Party. Ich war begeistert von ihrem Denken und auch davon, wie sie sich in den Dienst der Leute stellte. Für mich waren die Black Panthers eine Möglichkeit, meiner Wut gebührenden Ausdruck zu verleihen. Doch nach 15 Monaten war sie in allen Punkten freigesprochen und im 8. Monat schwanger, endgültig aus der Haft entlassen worden. Am 16. Juni 1971 brachte sie einen Sohn zur Welt und nannte ihn Tupac Amaru, nach einem Inka-Rebellen gegen die Spanier. Übersetzt heißt der Name Glänzende Schlange. Glänzende Schlange ist ein herrlicher Namenspatron. Und 1971 glaubte ich sehr stark daran, dass der Name einem Kind Kraft geben kann. Noch mehr Kraft hätte ihm vielleicht sein Vater geben können. Doch William Garland, ebenfalls ein Black Panther, bekommt der kleine Tupac kaum zu sehen. Was er nicht hatte, war eine starke, stabile Männerfigur in seinem Leben. Jemand, mit dem er auch mal zum Baseball spielen gehen konnte. Hinzu kam die bedrückende Armut, in der Mutter und Sohn lebten. Manchmal hatten die beiden nicht mal eine Wohnung. Dennoch schaffte es Afeni Shakur 1986 nach Baltimore umzuziehen. Und, wichtiger noch, ihren Sohn auf einer ganz besonderen Highschool anzumelden, der Baltimore School for the Arts. Das war eine wirklich bereichernde Erfahrung für Tupac. Denn alle seine Mitschüler waren Künstler. Und eine künstlerische Umgebung ist etwas ganz anderes. Viel freier, viel weniger mit Zwängen behaftet. Er begeisterte sich vor allem für die Schauspielerei. Und für Hip-Hop. Ich denke, Tupac glaubte immer, dass ihm alle Türen offen standen. Dass er als Rapper genauso unglaublich begabt war wie als Schauspieler. Er sah keine Grenzen, was sein Potenzial angeht. So inspirierend er die Schule fand, so trostlos war die Situation bei ihm zu Hause. Ich war von einem Mann, mit dem ich eine Beziehung hatte, geschlagen worden. Tupac traf das schwer. Vor allem, weil ich ihm auch verbot, sich mit diesem Mann zu prügeln. Da zerbrach etwas in seinem Inneren. Um ihren Sohn vor weiteren solchen Erlebnissen zu bewahren, schickte Erfeni ihn im Juni 1988 weit weg. Nach Kalifornien, wo er in Marin City nahe San Francisco bei einem Freund leben sollte. Aber damit geriet der 16-jährige Tupac Shakur nur vom Regen in die Traufe. Marin City ist nur für eine Sache berühmt, nämlich für seine Unzahlanschlägereien. Und Tupac war nur sein halbes Hemd, sogar mit all den antrainierten Muskeln später. Umso unglaublicher, was dieser Kerl sich alles traute. Er fürchtete sich vor niemandem, ob Mann, Frau oder Tier. Denn wie er sagte, sie können dich nur einmal umbringen. Erfeni Shakur folgte ihrem Sohn bald nach Kalifornien. Aber für eine harmonische Mutter-Sohn-Beziehung hatte sie viel zu viel mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Die Beziehung zwischen meinen Kindern und mir basierte auf Ehrlichkeit und Vertrauen. Und diese Beziehung zerstörte ich durch meine Lebenslüge, die darin bestand, dass ich Drogen nahm. Aber behauptete, ich habe es unter Kontrolle. Und das war eine Lüge, für die ich teuer bezahlt habe. Meine Erinnerung an diese Zeit und die meiner Kinder unterscheiden sich erheblich. Denn mein Leben kreiste nur um Drogen. Ich hatte die Antwort auf alles gefunden und diese Antwort hieß Crack. Obgleich Tupac die Sucht seiner Mutter verabscheute, fand er sich doch bald selbst in der Drogenszene wieder. Er verkaufte wohl eine Woche lang Drogen. Dass er gleich wieder aufhörte, lag einfach an seinem zu weichen Herz. Stell dir vor, jemand bringt dir seinen Ehering und will ihn bei dir für ein bisschen Crack versetzen. Und du denkst dir, oh scheiße, ist es jetzt schon so weit? Er hörte auf und sagte, da muss ich eben verhungern oder diese Rap-Sache zum Laufen bringen. Und so tat sich der 17-jährige Tupac mit seinem Freund aus der Nachbarschaft Ray Love zusammen und gründete seine erste eigene Band Strictly Dope. Wir hatten vor gar nichts Angst. Wir sprangen einfach auf die Bühne und legten los. Wir brauchten dafür kein Backstage-Buffet, keine speziellen Mikros, keine Bühnenanweisungen und keine Limousinen. Nein, nichts als ein Mikro. Tupacs Fähigkeit, mit diesem Mikrofon umzugehen, war es, die ihm aus Marin City heraushalf. Bis nach Las Vegas, wo der erfolgreichste Rap-Star der Welt für immer zum Verstummen gebracht werden sollte. 7. September 1996, 18.15 Uhr. Tupac Shakur und seine Entourage haben den Nachmittag in den Casinos der Spielerhauptstadt ganz entspannt mit ein bisschen Spielen und Trinken herumgebracht. Nichts deutet darauf hin, dass der Hip-Hop-Star in nur 5 Stunden Opfer eines kaltblütigen Mordeinschlags werden wird. Tupac bricht nun auf Einladung seines Managers und Plattenbosses Shook Knight zu dem mit Spannung erwarteten Weltmeisterschafts-Boxkampf im Schwergewicht auf. Der Herausforderer ist ein enger Freund von ihm, Mike Tyson. Mike und Tupac waren auf jeden Fall Freunde. Ihr Verhältnis war etwas ganz Besonderes für beide. Wir waren alle Fans von Tyson. Er war ein Held für uns Ghetto-Kids. Tupacs Freundin Kidada und seine Cousine Jamala hingegen verbringen auch den Abend im Hotelzimmer. Denn diese Party, so findet Tupac, soll reine Männersache bleiben. Ich weiß noch, wir fragten uns, puh, wieso nimmt er uns überhaupt hierher mit, wenn wir dann nicht mal zum Kampf und zu den Partys dürfen? Wir dürfen ja nicht mal runter ins Casino. Aber er sagte immer wieder, bitte, bitte, geht nicht runter. Bitte bleibt hier oben. Seine Freundin und seine Cousine fügen sich schließlich. Und so zieht Tupac in Begleitung seines Leibwächters Frank Alexander los zum Schauplatz des Kampfes im MGM Grand. Doch für den Superstar ist es gar nicht so einfach, hineinzukommen. Da war eine Masse von Leuten, die rein wollten. Und im Vorbeigehen hörten wir überall, da ist ja Tupac. Alles flüstert, hey Tupac. Und die Groupies und die Fans, alles schreit, Tupac. Der Tobel versetzt Alexander in höchste Alarmbereitschaft. Dabei macht er sich weniger Sorgen wegen ein paar zudringlicher Fans als vielmehr wegen der diversen aktuellen Fäden seines Schützlings. Dessen jüngster Song, Hit'em Up, ist eine Wüsteabrechnung mit Rapper Biggie Smalls und anderen Protagonisten der Hip-Hop-Konkurrenz von der Ostküste. Ein mehr als ernstes Problem für den Leibwächter. Ich stellte Pac zur Rede. Was soll denn der Song? Er meinte, hast du ihn gehört? Der ist scharf, oder? Sie spielen ihn überall in allen Clubs. Das wird so geil. Bla, bla, bla. Und ich sagte, Kumpel, du brauchst dringend mehr Security. Allein werde ich mit dir nicht mehr fertig. Alexander fordert beim Sicherheitsdienst des MGM-Grant Verstärkung an. Doch für den berufsmäßigen Provokateur Tupac gehört die ständige Bedrohung durch seine Feinde einfach mit zum Geschäft. 1990, nur sechs Jahre zuvor, hatte Tupac Shakur noch ein Schattendasein geführt. Er stromerte durch Marin City und versuchte vergeblich, irgendwie Anschluss ans Musikbusiness zu finden. Doch dann erschien ihm das Glück in Gestalt des etablierten Rappers Shock G, der ihn als Tänzer für seine Band Digital Underground engagierte. Er sah, dass Tupac nicht einmal mehr ein Zuhause hatte. Also gab ihm eine Chance. Genau auf eine solche hatte der 18-Jährige gewartet. Von einem Tag auf den anderen war er raus aus Marin City und auf Welttournee. Tupac hatte eine Menge Spaß mit Digital Underground. Mal rief er aus Japan an, dann wieder aus London, aus Italien, sogar aus Australien. Nun konnte er endlich allen zeigen, was in ihm steckte. Bald schon rückte er aus dem Hintergrund selbst vor ans Mikrofon. Und kam sofort an. Pac war ein Meister seines Fachs. Er konnte den Style eines anderen Rappers sofort spontan übernehmen. Und was Besseres draus machen. Sowas kann kaum sonst jemand. Und damit blieb er immer Herr der Lage. Es dauerte nicht lange und Tupac bekam seinen ersten eigenen Plattenvertrag. Im November 1991 erschien sein Debüt Tupacalypse Now. Eine kraftvolle, wenn auch widersprüchliche Mischung aus gewaltversessenen Schlachtgesängen und leidenschaftlichen Anklagen der Zustände in den Ghettos. Einige seiner Songs waren dermaßen frauenfeindlich, als wären Frauen für ihn gar nichts wert. Und dann gab es wieder ganz andere, in denen er Frauen, Mütter, schwarze Frauen auf so ein hohes Podest hob. Er war ein Typ voller Widersprüche. Eine Erklärung mag sein, dass Tupac seine Texte aus sehr verschiedenen Quellen schöpfte. Aus seinem radikal politisierten Elternhaus, seiner künstlerischen Ausbildung und aus dem, was er auf der Straße erlebte. Er war zuallererst ein Dichter. Er schrieb einfach und machte sich nie Gedanken wie, nein, wenn die Leute das hören, werden sie mich für schwach halten. Er war auch selbst sein größter Fan. Oft sagt er Sachen wie, hast du gehört, was ich gesagt habe? Oh mein Gott, der Junge ist ja so gut. Bin ich gut, Jamala? Ich bin ja so ein Abräumer. Und dann zitierte er was aus seinem Song und sagte, bin ich gut, ich mach sie alle fertig. Er war so verrückt. Schon ein Jahr später, 1991, erfüllte sich für Tupac ein Kindheitstraum. Er wurde Filmschauspieler. In dem Gangsterfilm Juice spielte er die Hauptrolle und erntete gute Kritiken. Juice kam raus und im Kino kreischten die Mädchen. Das war schon geil. Als Juice anlief, war Tupac sofort in aller Munde. Es war ganz klar, dass aus ihm jetzt was Großes werden würde. Die Rolle hat ihm mehr gebracht als seine Musik. Er kam runter, setzte sich breitbeinig hin, weitete die Arme aus, schüttelte seinen Schmuck runter, stellte den Kragen auf und sagte, hey, ich bin eine lebende Legende. Ich meinte, irre Tupac, in zehn Jahren könntest du der mächtigste Mann Amerikas sein. Und darauf sagte er, pass mal gut auf, das werde ich auch. Alles lief bestens für Tupac. Im Jahr darauf kehrte nach erfolgreichem Drogenentzug auch seine Mutter Afeni in sein Leben zurück. Nun waren sie wieder eine Familie. Ich musste lernen, dass ein Kind die Autorität seiner Mutter auch ablehnen kann, so wie meine Kinder es getan hatten. Man kann sich diese Autorität nicht zurückholen. Aber sie gaben sie mir zurück. Doch nun häuften sich Tupacs eigene Probleme. 1993 wurde er wegen tätlichen Angriffs auf einen Chauffeur festgenommen. Nur Wochen später griff er einen anderen Rapper mit einem Baseballschläger an. Im Jahr darauf wurde er zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er den Regisseur Alan Hughes nach seinem Rauswurf aus dessen Film Manage to Society mit einer Waffe bedroht hatte. In Atlanta schoss er auf zwei Polizisten außer Dienst. Später stellte sich zwar heraus, dass die Opfer zum Tatzeitpunkt betrunken und im Besitz gestohlener Waffen gewesen waren, dennoch, sein Gangster-Rapper-Image schien zunehmend auf sein Privatleben abzufärben. Man muss aber bei Tupac auch immer bedenken, wie viel seine Familie schon mit der Polizei zu tun gehabt hatte. Die Polizei hasste Tupac. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er im Herzen doch ein Black Panther war. Jedenfalls respektierte Tupac die Polizei nicht im Geringsten. Warum sie ihn so verfolgten? Weil Tupac ihnen ständig die lange Nase zeigte. Oder noch Schlimmeres. Tupac hatte immer das Gefühl, dass man aus ihm einen für die Verbrechensstatistik machen wollte. Und er sagte, wenn Amerika mich am Arsch kriegt und aus mir eine Statistik macht, dann will ich wenigstens die Statistik überhaupt werden. Dem Druck, dass viele in ihm nur Tupac den Gangster sehen wollten, hielt Tupac der Künstler nicht mehr stand. Und identifizierte sich mit seiner Bad-Boy-Rolle. In einer warmen Sommernacht in Las Vegas wird er schließlich auch in dieser Rolle sterben. 7. September 1996, 20.35 Uhr. Tupac Shakur erhebt sich im MGM Grand von seinem Zuschauersitz. Sein Freund Mike Tyson hat im Schwergewichtstitelkampf gegen Bruce Sheldon gesiegt. Nach zwei Minuten. Tupac will Backstage zu Tyson gehen. Er wird begleitet von seinem Manager Shook Knight, gleichzeitig auch Chef seiner Plattenfirma Death Row, sowie seinem Leibwächter Frank Alexander. Der Rapper ist nach dem schnellen Ende des Kampfes noch völlig überdreht. Ständig ging es. 50 Treffer, er hat ihn umgehauen. 50 Treffer. Als die Gruppe die Lobby des Grant erreicht, tritt einer von Shook Knights Angestellten neben Tupac. Einer von Shooks Jungs, ein gewisser Trevon, flüsterte etwas in Tupacs rechtes Ohr. Trevon hat in der Lobby einen Mann entdeckt, der, so sagt er, ihn vor einigen Wochen ausgeraubt hat. Zudem gehöre er der Gang der Crips aus L.A. an, den tödlichen Rivalen der Bloods, jener anderen großen Bande aus L.A., zu der Death Row Kontakte nachgesagt werden. Tupac Shakur, König des Gangster-Rap, der er ist, beschließt dem Mann, eine Lektion zu erteilen. Und Park rannte einfach hinüber und... Angestachelt durch den Boxkampf stürzt sich die gesamte Death Row Truppe ins Getümmel, darunter auch Shook Knight. Es gelingt Alexander mit Mühe, seinen Schützling aus dem Chaos zu entfernen. Ich packte ihn und zog ihn weg, während alle auf Orlando Anderson eintraten und schlugen. Zwei Jahre zuvor, in New York, war Tupac selbst Opfer eines gewalttätigen Anschlags geworden und wäre um ein Haar gestorben. Am 30. November 1994 wurde er in der Lobby eines Tonstudios am Times Square von zwei Unbekannten überfallen. Sie raubten ihm seinen Schmuck und schossen auf ihn. Ihn trafen fünf Kugeln, zwei davon am Kopf. Für die Polizei ein gewöhnlicher Raubüberfall. Tupac jedoch war überzeugt, dass es sich um einen gezielten Racheakt aus der Hip-Hop-Szene handelte. Ich persönlich denke, es hätte jeden getroffen, der damals durch diese Tür ging. Park dachte immer, ihm würde keiner was tun. Schließlich war er eine schwarze Symbolfigur. Aber so läuft's nicht, nein, nein. Das habe ich ihm auch erklärt. Ihnen ist es scheißegal, wer du bist. Die machen dich alle. Plötzlich war Tupac ein Gejagter. Mit seinen aggressiven Texten hatte er Polizei, Politiker und Behörden gegen sich aufgebracht. Seine verbalen Attacken auf andere Rapper schürten die eskalierende Hip-Hop-Fäde zwischen East und West Coast. Von dem Hass und Neid, den er als berühmter reicher Afroamerikaner auf sich zog, ganz zu schweigen. Er war von der Sorte, die einfach nicht klein beigeben kann. Das schätzte ich an ihm. Aber er war eben auch nicht unverwundbar und so riet ich ihn dringend, nicht immer einfach blind drauf los. Da draußen töten sie dich. Und zwar in echt. Tupac wusste, in welchem Land, in welchem System er lebte. Und er war sich auch klar darüber, was er daran gut fand und was nicht. Aber er wusste ebenso gut, dass man in einer kapitalistischen Gesellschaft, ohne das nötige Kapital, nicht das tun kann, was man will. So reich er nun auch war, das Gangstertum, das er glorifizierte, kostete ihn einen hohen Blutzoll. Eine der Kugeln bei dem Überfall hatte eine Hauptschlagader in der Hüfte getroffen und musste in einer schwierigen Operation entfernt werden. Er merkte es nun selbst. Hip-Hop fraß seine eigenen Kinder. This is all about my image. This has nothing to do with me. This is all about my image. It's like MTV, all the papers, they build me up. Now they destroy me on the same image that they perpetuated. You know what I'm saying? I'm selling records. This is what I do for a living. I'm selling records. Don't get it twisted. This is not my real life. This is not how my real life was supposed to be. I'm not supposed to be really having all these villains in my life. Man kann einen Rapper nicht einfach für Morde verantwortlich machen. Außer man tut dasselbe mit Schwarzenegger für seine ganzen Morde als Terminator. Ein Rapper, der nur darüber redet, soll schuld sein und ein Schauspieler, der es vormacht, nicht? Weniger als fünf Stunden nach seiner Operation verließ Tupac Shakur gegen den ausdrücklichen Rat der Ärzte das Krankenhaus. Die nächste Auseinandersetzung wartete schon. Eine 19-jährige Frau hatte ihn wegen Vergewaltigung angezeigt, was er vehement abstritt. Warum bin ich in der Wahl? Ich habe mein Leben ausgerissen. Aber ich bin hier, ich gehe durch, um zu zeigen, dass ich faith in das amerikanische System habe. Aber bald bin ich verrückt. Am Ende wurde er nicht wegen Vergewaltigung, sondern nur wegen sexueller Belästigung verurteilt, weil er der Frau gegen ihren Willen an den Po gegriffen hatte. Er erhielt dafür die Höchststrafe von bis zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Seinen Fans kam es so vor, als sollte an ihrem Idol ein Exempel statuiert werden. Tupac hatte das größte und lauteste Mundwerk und machte vor keinem Halt. Wenn es darauf ankam, nicht mal vor seiner Mutter. In der Haft im Gefängnis von Clinton im Bundesstaat New York schien Tupac eine bemerkenswerte Wandlung durchzumachen. Der König des Gangster-Rap sagte sich öffentlich vom Thug-Life los. Was man sich bei Puck vor Augen halten muss, ist, dass man im Gefängnis anfängt nachzudenken. Und zwar darüber, wie man wieder rauskommt. Dafür tut man alles. Als ich hörte, dass wir in Schluss seien mit dem Thug-Life, war das so wie, hey, das spiele ich doch nur, damit ihr mich rauslasst. Doch so einfach ließen sie ihn nicht raus. Ganz offensichtlich stand Tupac mächtig unter Druck. Er saß im Gefängnis und all diese bescheuerten Prozesse fraßen sein Geld auf. In dieser Situation verpflichtete Tupac sich für seine nächsten drei Alben beim Label Death Row. Im Gegenzug stellte dessen Chef Shook Knight die Kaution von 1,4 Millionen Dollar und holte ihn aus der Haft. Den Vertrag habe ich nie gesehen. Ich erinnere mich nur an seinen Anruf, dass er jetzt bei Death Row sei. Sie versuchten, Tupac zu beherrschen, auch mit dem Death Row-Deal. Sie dachten, Shook Knight hätte ihn im Griff. Aber das war wie Öl ins Feuer gießen. Da musste es knallen. Death Row quartierte seine Neuerwerbung im schicken Peninsular Hotel in Beverly Hills ein, wo Tupac erst einmal wieder auf die Beine kommen sollte. Er hatte gerade mit Me Against the World ein Nummer 1 Album und mit Dear Mama eine Nummer 1 Rap Single gehabt. Also brauchte er Death Row eigentlich gar nicht. Aber andererseits eben doch. So à la, hey, die haben die 1,4 Millionen klar gemacht und mich aus dem Knast geholt. Endlich konnte der Meister der Provokation wieder das tun, was er am besten konnte. Den Finger in die Wunden der Gesellschaft legen. Als er rauskam, brach die ganze aufgestaute Wut auf einmal aus ihm heraus. Doch diese Ausbrüche erzeugten nur noch mehr Aggression. Und der sollte er wenige Monate später selbst zum Opfer fallen. Las Vegas, 7. September 1996, 9 Uhr abends. Nachdem sie Orlando Anderson, angeblich Mitglied der feindlichen Crips-Gang, in der Lobby des MGM Brand zusammengeschlagen haben, ziehen sich Tupac und sein Gefolge in ihre Zimmer zurück, um sich für den anstehenden Auftritt im Club 662 umzuziehen. Der Rapper hat noch drei Stunden zu leben. Ich weiß noch, Tupac kam zurück ins Hotel und war in echter Hochstimmung. Er kam rein und legte gleich los. Jamala, du glaubst es nicht. Ich habe dem Typ eine astreine Rechts-Links-Kombination verpasst. Ich habe ihn umgehauen, so richtig Mike Tyson-mäßig. Er erklärte gar nicht so genau, um wen oder was es bei dem Kampf ging. Aber er freute sich riesig, dass er endlich mal jemandem seinen Ring zu schnuppern gegeben hatte. Beim Garderobenwechsel beschließt Tupac, heute Abend auf seine kugelsichere Weste zu verzichten. Im Rückblick eine verhängnisvolle Entscheidung. Castro, sein Co-Rapper, sagte noch, sieh heute Abend besser deine Weste an. Aber Tupac meinte, nein, nicht die Weste, ist viel zu heiß dafür. Normalerweise ging er nie ohne sie aus, aber diesmal ließ er sie weg. Anschließend verlässt er Tross wieder das Hotel und gondelt in diversen Autos den Las Vegas Strip hinunter, zu einem Anwesen, das dem schwerreichen Schuck-Neid gehört. Er und Tupac gehen kurz ins Haus. Der Rest muss draußen warten. Ich weiß nicht, was Tupac und Schuck da drin getrieben haben. Ich zumindest wollte schnell weiter. Knights Villa ist nahezu komplett im Rot der Gang Mob Pyrou gehalten, die im endlosen Bandenkrieg von Los Angeles auf Seiten der Bloods steht. Er trug eine Menge Rot. Das war offenbar seine Lieblingsfarbe. Und er stammte aus Compton, der Heimat der Bloods. Wenn jemand wie er also ganz gezielt Rot trug, dann konnte es schon passieren, dass man ihm eine Nähe zu dieser Gang nachsagte. Manche meinten, dass Tupac sich durch seine Bindung an ein Label, das so deutlich mit den Bloods sympathisierte, noch mehr Widersacher zuzog. Nämlich die Erzfeinde der Bloods, die Crips. Doch Tupacs Leitwächter sieht das anders. Tupac hatte mit Gangs nichts am Hut. Wenn man ihm eine Farbe zuordnen kann, dann grün, die Farbe des Geldes. Nach einer halben Stunde kehren der Star und sein Manager endlich zurück. Und Tupac gibt Alexander für die Weiterfahrt eine ungewöhnliche Anweisung. Ich ging mit Shook und Tupac zum Wagen, öffnete die Hintertür und wollte einsteigen. Da sagte Tupac zu mir, nein, nimm die Schlüssel und fahr den Lexus mit den Outlaws-Jungs. Ihr werdet sicher einiges trinken und dann bist du für die Rückfahrt unser Chauffeur. Nach der Party im 662. Tupacs Erklärung ist ganz offensichtlich ein Vorwand. In Wirklichkeit will sein Manager Shook Knight mit ihm unter vier Augen sprechen. Die Wagenkolonne setzt sich nun in Bewegung Richtung Club 662, wo ein Konzert angesetzt ist, das nie stattfinden wird. Ein halbes Jahr zuvor schien es noch, als könne Tupac nichts etwas anhaben. Er war von fünf Kugeln getroffen worden, hatte elf Monate im Hochsicherheitsgefängnis gesessen und war anschließend erfolgreicher denn je. Sein erstes Death Row Album, All Eyes On Me, schoss direkt an die Spitze der Charts. Innerhalb von drei Wochen hatte es Platin-Status erreicht. Dennoch war er sich jetzt schon sicher, dass er den Vertrag mit Death Row nicht über die vereinbarten drei Alben hinaus verlängern würde. Tupac wollte das Label verlassen und dafür gab es auch einen Grund. Aber es wissen wohl nur seine Mutter und seine Nächsten vertrauten, um was es da genau ging. Man munkelt, dass Tupac mit dem ihm zustehenden Gewinnanteil an seinen Verkäufen unzufrieden war. Und als hätte er mit Death Row nicht schon genug Ärger, verstärkte er nun auch noch seine Attacken auf den New Yorker Rapper Biggie Smalls, den er immer noch als Drahtzieher des Überfalls im Jahr zuvor verdächtigte. Dabei war die viel zitierte Fede East Coast gegen West Coast im Grunde absurd. Dieses East Coast-West Coast-Gerede war nur Illusion. Tupac war doch selbst von der East Coast, seine komplette Band auch. Das war eine rein persönliche Sache zwischen ihm und Biggie. Sechs Jahre schlug sich Tupac nun mit der Polizei, den Gerichten, der Hip-Hop-Konkurrenz herum, Und jetzt kam auch noch die weitverzweigte Gang der Crips dazu. Das Heer seiner Feinde wurde langsam unüberschaubar. Tupac hatte sehr viel mehr Feinde als irgendein anderer Rapper, und zwar im ganzen Land. Er kam nun mal aus einer Familie, die nicht nur redet, sondern hingeht und handelt und dabei auch noch gebildet ist. Pucks großer Fehler war, dass er der Macht die Wahrheit sagte. Und es ist eine Sache, die Regierung oder den Präsidenten anzugreifen. Viel gefährlicher ist es aber, konkrete Leute in seiner eigenen Branche anzugehen oder die Leute auf der Straße. Er sagte nicht nur die Wahrheit, was die Cops angeht. Die Dealer kriegten auch ihr Fett weg. Er sagte, der macht die Wahrheit. Und wer auf dieser Ebene ehrlich ist, den mag bald keiner mehr. Tupac wusste das. Und dennoch trifft ihn an diesem Abend in Las Vegas auf dem Weg zum Club 66 Tour mit Chuck Knight die Attacke seiner Feinde völlig unvorbereitet. Am Flamingo Boulevard bogen wir rechts ab. An der Kreuzung Coval Lane mussten wir anhalten. Frank Alexander sitzt am Steuer des Wagens hinter Tupac. Er beobachtet, wie die Anwesenheit des Stars in den umstehenden Autos das übliche Aufsehen erregt. Und dann taucht wie aus dem Nichts ein weißer Cadillac auf. Während er sich dem BMW inhärte, kam aus dem Fenster ein Arm mit einer Waffe. Und es fielen Schüsse. Zwischen 10 und 15 Kugeln werden auf Chuck Knights Wagen abgefeuert. Vier davon treffen Tupac. Eine weitere streift Knight am Kopf. Ich dachte, sie sind tot und wollte sofort hin. Doch stattdessen fuhr der Wagen auf einmal los und war weg. Knights durchsiebter BMW macht scharf, kehrt und fährt in die Richtung zurück, aus der er gekommen ist. Ich wusste nicht, was los war. Ich sah alles wie durch einen Dunstschleier. Waren das echte Kugeln? Haben die wirklich auf sie geschossen? An dem schwer beschädigten Wagen platzen kurze Zeit später die Reifen. Er bleibt stehen. Und schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren sieht Tupac Shakur dem Tod ins Gesicht. Tupac Shakur ist um 23.17 Uhr von den Kugeln aus dem weißen Cadillac getroffen worden. Darunter ein Lungendurchschuss. Ein Notarztwagen trifft bei dem liegen gebliebenen Auto ein und bringt den Rapper zum University Medical Center, wo zwei Notoperationen eingeleitet werden. Um die innere Blutung zu stoppen, wird der rechte Lungenflügel entfernt. Anschließend versetzen ihn die Ärzte in ein künstliches Koma, aus dem er nie wieder erwachen wird. Wir heulten und weinten und waren völlig außer uns. Und mir ging ständig durch den Kopf, dass wir dasselbe doch gerade erst in New York durchgemacht haben. Ich sah Jamala, die nach der Nacht ziemlich mitgenommen war. Und dann ging es los. Ständig kamen neue Leute herein. Und ich glaube, er war keine einzige Sekunde lang allein. Als ich hereinkam, lag er bereits im künstlichen Koma. Aber mir ist nie der Gedanke gekommen, dass er sterben könnte. Nie. Kein einziges Mal habe ich das gedacht. Als ich Tupac in seinem Krankenhausbett sah, mit all den Schläuchen, an die er angeschlossen war, da wurde mir klar, jetzt wird er um sein Leben kämpfen müssen. Sechs Tage liegt Tupac im Koma. Die ganze Familie ist um sein Bett versammelt und hält Wache. Rund um die Uhr. Sie wollen das Unabwendbare nicht wahrhaben. Wir hatten alle dieses Bild von Puck, als wäre er einfach unzerstörbar. Als er das zweite Mal angeschossen wurde, in Las Vegas, haben wir zuerst nur gesagt, ey, das ist doch Puck, Alter. Doch am 13. September 1996 endet Tupacs kurzes, aber umso bewegteres Leben. Er ist nur 25 Jahre alt geworden und lässt nach seinem Tod viele in tiefer Verstörung zurück. Jemand wie er wird auf offener Straße erschossen? Was ist nur los mit Amerika? Selbst wenn du groß rauskommst, außer Gefahr bist du nie. Auch die Suche nach dem Mörder gestaltet sich schwierig. Die Polizei stößt in ihren Ermittlungen schnell an eine Mauer des Schweigens. Dafür kursieren die wildesten Gerüchte. Einige schwören auf einen Racheakt der Crips wegen der Prügel für Orlando Anderson im MGM-Grant. Für andere war der Hintermann Tupacs Rivale Biggie Smalls, der sechs Monate später selbst ermordet wird. Eine dritte Theorie sieht als Drahtzieher Shook Knight, der wusste, dass Tupac sein Label Death Row verlassen wollte. Die genaue Wahrheit weiß keiner. Dafür wissen in Los Angeles viele sofort nur allzu genau, was sie jetzt wollen. Vergeltung für Tupac. In den zehn Tagen nach seinem Tod kommt es zu zwölf Schießereien zwischen Bloods und Crips mit insgesamt drei Toten und 22 Festnahmen. Dem Geschäft schadete Tupacs Tod dagegen nicht. Im Gegenteil. 2006 hat er mittlerweile über 75 Millionen Tonträger verkauft und ist damit laut Guinness Buch der Rekorde der erfolgreichste Hip-Hop-Musiker aller Zeiten. Ein großer Mann ist von uns gegangen. Ein Aktivist. Ein Poet. Ein Rapper. Einer von uns. Ein Freund. Er war einer der Großen. Ja, das war er. Er war nicht perfekt. Weder als Mensch, noch als Rapper, noch als Popstar. Und ich glaube, gerade deswegen mochten die Leute ihn umso mehr. Ich glaube, die Leute ihn all the more for that. Sein Humormann. Der Typ war einfach lustig. Es ging nicht immer nur darum, wer der härteste oder der größte Draufgänger ist. Wir haben viel mehr gelacht, als diesen ganzen Gangsterscheiß abgezogen. Seine Mutter Afeni verwaltet mittlerweile sein Erbe. 1997 wurde die Tupac Amaru Shakur Foundation gegründet, die kreativ begabte Schüler fördert. Und noch im selben Jahr bot die University of California in Berkeley ein Seminar an mit dem Titel The Poetry and History of Tupac Shakur. Ich spreche immer noch ständig mit ihm, weil mir wichtig ist, was er darüber denkt, was wir hier tun. Und ich glaube auch, dass er mich hört. Der Mörder von Tupac Shakur konnte bis zum heutigen Tag nicht überführt werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.